Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal heute machen wir eine Celebration Tim Box auf die es nur in den USA gibt. Die Clurock Box hier. Roppa beschützt die Boxer. Sagt wieder Hallo. Hallo. Das ist ein gutes Stück aus. Wir hatten ja schon mal die deutsche Produkte aufgemacht von der Kollektion. Mal gucken was hier abgeht. So sieht das gutes Stück aus. Die hübsche Tim Box und den ganzen Starter hier drauf. So sieht die Rückseite aus. Die Promo kennen wir ja schon. Rene Kohl sollt euch natürlich ganz viel Spaß damit. Gönnt euch den. So wird einmal kurz eingesleeved. Muss ja sein. Das hübsche Clurock hier. Oder Charizard. So. So. Da haben wir wieder was dunkle Pokémon bedeuten. Eigentlich müsste da eigentlich was anderes sein. Aber naja. Hört uns nicht. So was haben wir hier. Schöne Celebration. Kampfstil und Warbeet Voltage auch Farmjob genannt. Fangen wir natürlich mit Kampfstil. Battle Styles an. Wenn ich das mal aufkriegen würde. Man kennt's. Da kommen wir spulern. Und da ist kein Hit drin. Viel Spaß mit dem Code. Vielleicht habt ihr einen Hit drin. Bronze. Tusker. Spoink. Kroly Kroly Kroly. Bronze Reverse. Ja. War nix. Haps. Jetzt vom Farmjob. Schwuler Wurz auch. Oh da ist ein Hit drin. Viel Spaß damit. Dann haben wir natürlich einen Kartentrick. Eine Pflanzenenergie. Ein Kakuna. Kumbo Milch. Ne. Oder Käse. Entschuldigung. So Bierriss. Weit mehr. Subladin. Ein Owei. Ein Blaudagei. Ein Kloptopus. Ein Caporea. Wie was? Oh nein. Ein Pikachu V. Der süße Kerl hier. Der ist süß. Nein. Es lief. Oh das Advo ist richtig süß. So. Das hat er mal gegönnt. So. There is some celebration. Oh yeah. Da haben wir jetzt einen schönen Lunala. Ein Evental. Ein Kyogre. Und dahinter haben wir hier kommt Team Rocket. Eine Retro Karte. Yes. So. Nächstes Pack. Immer behalte ich den Code. Tut mir leid. Da haben wir jetzt keinen Kartentrick. Ein Kroly. Ein Evital. Ein Kyogre. Und ein So. Nächstes Pikachu. Ein süßes Kirchen. So. Vorletztes Pack. Letztes Pack. Also jetzt ein Kroly. Unser Pack. Ein Sackrum. Ein Zackrum. Die Eiger. Unser Pack. Ein Cosmum. Ah. Leider nix. So. Letztes Pack. Letztes Pack. Letztes Messer. Küsser rauf. so genau ich den letzten code für heute viel spaß damit so kartentrick dahinter ein evital und dahinter haben wir ein falscher professor leider sind das die karten nicht die ich brauche macht ja nix die hatte ich noch nicht auf englisch also da ist es nicht so dramatisch hier ist unser ausbeute das pikachu v hier kommt team rocket zürfnis pikachu und falscher professor ich hoffe es hat euch gefallen bis zum nächsten mal